Zehn, Achtung und bitte! Kommst du mal mit? Ruhe bitte, wir drehen! Wir haben heute drei Spots gedreht für Möbel Höfner mit Thomas Müller, um die Vorteile der Kundenkarte mal deutlich zu vermarkten. Wer sagt denn, dass Fußballer keinen Geschmack haben? Diese rote Karte kommt mal gerne. Höfner, da habe ich Heimspiel. Das sind dreimal 15 Sekunden und dazu machen wir noch ein bisschen was Kürzeres und vielleicht auch noch den ein oder anderen, der noch mal ein bisschen länger ist. Aber im Kern haben wir dreimal 15 Sekunden Sport. Einmal Heimspiel, wo Thomas Müller quasi eine Art Kabinensituation ist und dann am Ende stehen wir fest, oh nein, er schmeißt sich einfach aufs Sofa. Das ist seine Art des Heimspiels. Heute ist Heimspiel. Und das ist mein Heimvorteil. Heute ist Heimspiel. Und das ist mein Heimvorteil. Nur mit der Höfner-Kundenkarte jetzt alle Vorteile sichern. Höfner, wo wohnen wenig kostet. Jetzt wird es dann Zeit für einen Viertel. Wir haben den Sport Foul gedreht, wo wir ihn vor dem Fernseher sehen, beim Fußball schauen und mit einem netten kleinen Twist aus dem Off vom Fußball-O-Ton arbeiten. Foul, Foul, das ist einfach die Foul. Foul muss auch mal sein. Foul, Foul, das ist eindeutig Foul. Foul muss auch mal sein. Nur mit der Höfner-Kundenkarte ganz entspannt alle Heimvorteile genießen. Höfner, wo wohnen wenig kostet. Wer es sich entgehen lässt, auf so einer Couch Fußball zu schauen, der ist selber schuld. Also, ins Freihaben, kommen Sie nach Freihaben. Und den letzten Spot, den wir jetzt gedreht haben, das ist der Geschmacksfilm. Oder wir haben ihn immer Geschmack genannt. Wo er uns fragt, Fußballer sollen keinen Geschmack haben. Und uns danach zeigt, was für einen Geschmack er hat und wie cool er seine Wohnung eingerichtet hat. Und das natürlich mit Möbel-Höffner-Foto. Jetzt geht's weiter. Die Dreharbeiten verlaufen harmonisch, so wie ich mir das vorstelle. Jetzt wird es natürlich dann langsam Zeit für die Mittagspause. Los geht's! Heute war hier ein 35-Mann-Team beschäftigt. Von einem gewaltigen Lichtaufbau draußen, damit hier die Sonne scheint. Bis hin zu Maske, Styling, Ausstattung, um jedes kleine Detail hier perfekt in Szene zu setzen. Wer sagt denn, dass wir Fußballer keinen Geschmack haben? Wenn man es mit meinem sonstigen Arbeitsplatz vergleicht, sind wir hier eine Minderheit. Wir waren unfassbar gut in der Zeit. Es ging alles sauber durch. Thomas hat super performt. Und unser Konzept ist gut aufgegangen, sodass wir hier erst rein auf die Minute fertig waren. Wer sagt denn, dass Fußballer keinen Geschmack haben? Kommst mal mit! Okay. Sie hat mir geholfen. Die Höfner Kundenkarte. Jetzt holen und exklusive Vorteile sichern. Höfner. Wo Wohnen wenig kostet. Sehr gut gelaufen ist es auf jeden Fall. Wir hatten viel Spaß. Und man sieht, es steckt auch ein bisschen Arbeit dahinter. Langsam geht die Sonne runter. Also von jetzt auf gleich mit dem Fingerschnipsen lässt sich so ein Dreh dann doch nicht bewältigen. Aber wir haben es gut gemacht. Wir waren gut versorgt. Und jetzt gehen wir glücklich und zufrieden ins Spiel. Höfner. Da habe ich Heimspiel. Entdecken Sie die ganze Welt des Wohnens. Es lohnt sich. Sichern Sie sich satte 20 Prozent in allen Abteilungen. Plus 20 Prozent on top auf Möbel und Küchen. Höfner. Die geben alles. Mehr unter Höfner.de